Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Skorpion, es ist an der Zeit, dich selbstbewusster durchzusetzen und deine Bedürfnisse direkt anzusprechen. Stell dir dein Herz als einen robusten Muskel vor, der ein hartes Training erfordert. Umgib dich mit Menschen, die Positivität ausstrahlen, an dein Potenzial glauben und dich unerschütterlich unterstützen. Fülle dein Wesen mit Vitalität und Selbstvertrauen. Nimm dir Zeit für Bewegung und Meditation und sorge für Gleichgewicht und Harmonie in deinem Leben. Deine Intuition könnte heute ungewöhnlich stark sein und möglicherweise erst Tage später ihre Auswirkungen offenbaren. Auch wenn das für dich kein unbekanntes Terrain ist, könntest du dich deshalb etwas lethargisch fühlen. Das muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass du weniger Energie hast als sonst. Es ist wichtig, dass du in Zeiten eines starken emotionalen Nebels körperlich aktiv bleibst. Geh in deiner Mittagspause spazieren oder beschäftige dich mit Aktivitäten, die dich körperlich vorantreiben. Wenn du deine Energie in körperliche Bewegung umwandelst, kann dir das an diesem Tag sehr helfen. Es kann schwierig sein, sich zu konzentrieren, aber das ist kein Problem. Vermeide Aufgaben, bei denen du dich lange auf eine Sache konzentrieren musst, denn es könnte fast unmöglich sein, deine Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. Statt das Unerreichbare anzustreben, solltest du dich auf die Vergänglichkeit deines Fokus einlassen. Die heutige Planetenkonstellation fördert die Selbstbetrachtung. Vielleicht möchtest du das Eis mit einer bestimmten Person brechen, aber die Angst vor Ablehnung und möglichem Schmerz hält dich emotional fest. Um diese eisige Barriere zum Schmelzen zu bringen, musst du Schritt für Schritt vorgehen. Konzentriere dich darauf, kleine, erreichbare Schritte zu machen, um eine Verbindung zu dieser Person aufzubauen. Nimm dir vor, die Situation von Moment zu Moment zu meistern. Mach dich auf einen unerwarteten Schub an Positivität gefasst, der deinen Weg erhellen wird. Gerade als du geglaubt hast, die Feinheiten des Lebens entschlüsselt zu haben, hält das Universum eine wunderbare Überraschung für dich bereit. Dieses verheißungsvolle Ereignis kann sich in verschiedenen Bereichen deines Lebens manifestieren, sei es eine aufregende Gelegenheit, die an deine Tür klopft, eine zufällige Begegnung mit einem Gleichgesinnten oder ein Durchbruch bei einer langwierigen Herausforderung. Erinnere dich daran, dass die kosmischen Mächte uns oft dann verzaubern, wenn wir es am wenigsten vermuten. Im Moment schmücken sie die Leinwand deines Schicksals mit lebendigen, aufmunternden Farbtönen. Nutze die Mondenergie heute, um intellektuelle Aufgaben wie Papierkram oder Hausaufgaben effizient zu erledigen. Wenn es Abend wird, lässt die Energie nach und du kannst dich der Freizeit und Entspannung widmen. Da der Mond in der Jungfrau steht, könnte der Tag ein Gefühl der Leichtigkeit ausstrahlen, sodass es eine gute Gelegenheit ist, deine Wohnung aufzuräumen und neu zu organisieren. Zusammengefasst, Skorpion, nimm deine Bedürfnisse selbstbewusst wahr, umgebe dich mit Positivität und bringe dein Leben durch Bewegung und Meditation ins Gleichgewicht. Vertraue auf deine Intuition, bleibe körperlich aktiv und achte auf deine wechselnden Schwerpunkte. Führe eine introspektive Selbstanalyse durch und gehe Schritt für Schritt an zwischenmenschliche Situationen heran. Sei bereit für einen unerwarteten Schub an Positivität, nutze die Mondenergie effektiv und überlege dir, ob du den Abend dazu nutzen willst, dein Umfeld aufzuräumen. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Denke daran, dass deine Stimme so einzigartig ist wie die Sterne am Himmel, und gemeinsam können wir eine himmlische Symphonie der Erleuchtung, Ermächtigung und Inspiration erschaffen. Lass dich auf die Magie ein, teile deine Gedanken und lass das Universum deine himmlische Melodie hören. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Die 5 der Kelche steht für Verlust, Enttäuschung und Kummer. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute vielleicht Gefühle der Traurigkeit oder des Bedauerns über vergangene Ereignisse oder verpasste Gelegenheiten verspürst. Sie steht für eine Zeit des emotionalen Aufruhrs und für das Bedürfnis, schmerzhafte Erfahrungen zu verarbeiten und zu heilen. Die 5 der Kelche ermutigt dich, deine Gefühle anzuerkennen und dir zu erlauben, zu trauern, wenn es nötig ist. Sie erinnert dich daran, dass es in Ordnung ist, traurig zu sein und dass Heilung durch das Akzeptieren und Ehren deiner Gefühle möglich ist. Neben der 5 der Kelche haben wir die 8 der Schwerter. Diese Karte steht dafür, dass du dich gefangen, eingeschränkt oder in einer schwierigen Situation feststeckst. Sie steht für eine Zeit, in der du dir selbst Beschränkungen auferlegt hast und in der es dir an Klarheit und Orientierung mangelt. Die 8 der Schwerter lädt dich dazu ein, alle einschränkenden Glaubenssätze oder negativen Denkmuster zu überprüfen, die dich vielleicht zurückhalten. Sie erinnert dich daran, dass du die Macht hast, dich von mentalen Zwängen zu befreien und die Situation aus einer neuen Perspektive zu sehen. Die 5 der Kelche und die 8 der Schwerter ergeben zusammen eine Kombination aus emotionalem Aufruhr und dem Gefühl, festgefahren oder eingeschränkt zu sein. Die 5 der Kelche betont die Notwendigkeit, vergangene Verluste zu verarbeiten und zu heilen, während die 8 der Schwerter betont, wie wichtig es ist, sich von selbst auferlegten Beschränkungen zu befreien. Nimm heute die Energie der 5 der Kelche an, indem du deine Gefühle anerkennst und dir erlaubst, zu trauern, wenn es nötig ist. Sei mitfühlend mit dir selbst, wenn du mit Gefühlen von Traurigkeit oder Enttäuschung umgehst. Verkörpere gleichzeitig die Energie der 8 der Schwerter, indem du alle einschränkenden Glaubenssätze oder negativen Gedankenmuster untersuchst, die dich gefangen halten oder feststecken lassen. Suche nach Klarheit und einer neuen Perspektive, um dich von selbst auferlegten Beschränkungen zu befreien. Diese Deutung steht für einen Tag der emotionalen Verarbeitung, der Selbstreflexion und der Möglichkeit, sich von einschränkenden Überzeugungen zu befreien. Mach dir die Energie der 5 der Kelche zu eigen, indem du deine Emotionen ehrst und dir selbst Raum zur Heilung gibst. Nutze die transformativen Qualitäten der 8 der Schwerter, wenn du mentale Beschränkungen untersuchst und neue Perspektiven suchst. Sei sanft zu dir selbst, wenn du mit herausfordernden Emotionen umgehst, und sei offen dafür, einschränkende Glaubenssätze loszulassen, um einen Weg zu mehr Klarheit und Freiheit zu finden. Indem du die Qualitäten der 5 der Kelche und der 8 der Schwerter kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der emotionalen Heilung, Selbsterkenntnis und dem Potenzial, dich von Begrenzungen zu lösen, um eine stärkere und befreitere Perspektive zu finden, durchlaufen. Hm. Amen.